Die Polizei sucht einen 65-jährigen Mann aus Preußisch-Oldendorf. Der Mann war als Angler in der Nacht von Freitag auf Samstag hier an dieser Kanalbrücke in Preußisch-Oldendorf-Gettmold. Und am Samstagmorgen gegen halb vier hat man ihn letztmalig lebend gesehen. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur. Was auffällig ist, ist der Umstand, dass der Angelstuhl in der Nähe des Ufers umgekippt lag. Deshalb vermuten wir, dass es möglich ist, dass der Mann vielleicht in den Kanal gestürzt ist. Deshalb versuchen wir hier mit Leichenspürhunden Hinweise auf den Verbleib des Mannes zu finden. Wir haben einen Polizeihubschrauber im Einsatz gehabt. Wir haben die Wasserschutzpolizei mit einem Boot hier auf dem Wasser gehabt. Aber all diese Suchmaßnahmen sind eben bisher ergebnislos gewesen. Sollten die Hunde eine verdächtige Stelle anzeigen, müssen dann Taucher ins Wasser und müssen diesen Bereich großflächig absuchen, um möglicherweise einen Leichnam zu finden. Sollten wir heute nicht fündig werden, dann haben wir zunächst einmal keinen Ansatzpunkt mehr, um eine erneute, anders gelagerte Suche durchzuführen. Aber vielleicht ergeben sich durch unsere Ermittlungen, aber auch vielleicht durch Zeugenhinweise neue Ansatzpunkte, an denen wir dann eine Suche erneut starten können. Father.